Ich habe keine Angst um meine Spieler und es ist auch so, wir haben dieses Thema natürlich auch angesprochen mit der Mannschaft, mit den Spielern, auch im Dialog. Ich habe mit vielen Spielern auch gesprochen oder mit allen Spielern letztendlich gesprochen und wenn einer Bedenken gehabt hätte, dann hätte er auch entscheiden können, dass er nicht spielt ohne Konsequenzen. Das ist ganz normal in dieser Situation, aber bei uns sind alle aktuell dabei, bis natürlich auf die Verletzten. Wir können froh sein, dass wir wieder anfangen können Fußball zu spielen. Wir haben einige Einschränkungen, die natürlich nicht gerade so top sind, aber ich glaube letztendlich ist es so, dass in Deutschland sehr vieles richtig gemacht wurde und wir haben jetzt das Vertrauen bekommen von der Regierung über das einfach gute Konzept der DFL, dass wir wieder Fußball spielen können. Die ganze Welt schaut auf uns, die ganze Welt schaut nach Deutschland, wie sie das gehandelt haben und letztendlich ist es natürlich auch für uns, wenn wir es schaffen, uns alle daran zu halten, dass die Saison einfach weitergeht. Ich glaube, das ist natürlich auch Signalwirkung an alle Ligen und da wird relativ schnell dann wahrscheinlich wieder der Fußball dort rollen oder allgemein der Sport wieder rollen und vielleicht eine gewisse Normalität wieder reinkommen in unser Leben. Aber das wissen wir alle nicht, weil wir alle nicht genau wissen, was wir da noch vor uns haben und deswegen ist es einfach jetzt aktuell für mich wichtig, aber auch für alle, die da mit dabei sind, wirklich konsequent die Dinge umzusetzen, die gefordert sind. Wir haben eine große Vorbildfunktion und daran sollten wir uns auch alle halten. Es ist natürlich schon schwierig, wenn man am Anfang nur Cybertraining macht, dann in kleinen Gruppen und trainieren kann und jetzt knapp neun Tage Zeit hat, dann im taktischen Bereich zu arbeiten. Wir haben natürlich versucht, auch mit einem Videocall, taktische Elemente, auch in der Zeit, in der Phase zu trainieren, indem wir den Spielern auch Szenen rausgeschnitten haben und dann mit ihnen auch telefoniert haben und wie sie die Situation dann interpretieren, analysieren und das war eigentlich ein ganz gutes Konzept, eine ganz gute Idee. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden gewesen. Jetzt muss man sagen, hat sich relativ schnell auch wieder eingespielt. Natürlich gibt es vielleicht das eine oder andere, was noch nicht so ganz klappt, aber ich hoffe natürlich schon, dass sie genau das umsetzen, wie wir es genau so umsetzen, wie wir es vor der Pause auch gemacht haben. Ich denke einfach, dass eine gewisse Mentalität auch von Vorteil ist und wir spielen jetzt gegen Union Berlin und die Mannschaft hat einfach eine klasse Mentalität. Sie ist natürlich flyer getragen durch Zuschauer, aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, die natürlich jetzt das erste Mal zu Hause auch gegen Bayern München dann auch spielt und deswegen wird er uns schon auch genau das erwarten, was wir auch mit Zuschauern erwartet hätten, nämlich eine Mannschaft, die aggressiv ist, die eine enorme Körperlichkeit hat und vor allen Dingen auch die geradlinig den Torabschluss sucht, den Zug zum Tor hat und da müssen wir schon auch dagegen halten. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, nur allein mit einer fußballischen Qualität wird es nicht gehen und wir müssen einfach auch schauen, dass wir das auch mit reinbringen, eine gewisse Mentalität oder die Mentalität auch mit annehmen und die Zweikämpfe annehmen als das, was im Fußball ganz normal ist.